Und Gary Peppett innen rein, daneben und dann hat der Gegner keine Chance. Und das ist ein Dreikampf. Alesi, Margaritis und Aiello und Alesi in den Reifenstapel. Gestern ein total verkorkstes Qualifying, als er den Wagen mit zu viel Tempo in der Marlboro-Bucht in den Sand setzte, der sich senkrecht aufstellte. Hinterher wütende Worte fand, ja. Ja, und es gibt jetzt Gelb, aber Boxenstops sind noch nicht möglich, weil wir dürfen ja erst ab der 6. Runde reinkommen. Wir sahen gerade Hans-Jürgen Matthäus, der natürlich sofort reagieren wollte, aber hier ganz klar viel zu spät gebremst. Dann aber auch vorne links irgendwie ein Platz. Das sieht ganz kurios aus. Wir sahen schon Punkt.